Teil 11 Moderne Piraten Samstag, 18.30 Uhr Britta und Carlo warteten im Foyer. Die Tür mit der Aufschrift nur für Bedienstete öffnete sich und Chrissy und Raymond wuselten heraus. Hat's euch gefallen? fragte Chrissy erwartungsvoll. Ich habe es mir nicht so toll vorgestellt. Am liebsten würde ich gleich nochmal reingehen, schwärmte Britta. Carlo nickte. Die Inszenierung war stark. Das Stück ist wie fürs Apollo gemacht. Das Licht, der grüne Teppich, der grüne Vorhang. Es passt einfach alles zusammen. Die Crew, das Bühnenbild, der Gesang und na klar die Maske. Alles hatte Klasse. Ach, ja, ihr müsst mir auf die Sprünge helfen. Ich komm nicht drauf, woher ich die Internatsleiterin kenne. Hast du die Potter-Filme gesehen? Sie spielt dort eine Lehrerin in Hogwarts, sagte Raymond. Echt? Welche denn? Madame Sprout, die Kräuterkundelehrerin. Stimmt, da gibt es die Szene, in der sie kreischende Allraunen aus den Töpfen zieht. Wie konnte ich das vergessen? Leute, ich hab nen Bärenhunger. Nehmen wir ne Cap? Um die Uhrzeit kommen wir mit der Tube schneller voran, riet Raymond. Und die Gruppe schlenderte zur U-Bahn-Station. Sie fuhren bis zum Leicester Square. Raymond wollte sie unbedingt durch Chinatown führen. Er durchstreifte das Viertel oft allein. Fast jedes Haus beherbergte im Erdgeschoss ein chinesisches, koreanisches, japanisches, auf alle Fälle aber asiatisches Restaurant. Falls das Erdgeschoss nicht an einen umtriebigen Wirt vermietet wurde, gab es dort ein asiatisches Lebensmittelgeschäft oder eine chinesische Bäckerei. Oder eine chinesische Apotheke. Oder einen japanischen Friseur. Oder eine Akupunkturpraxis. Oder einen chinesischen Kiosk. Oder, oder, oder. Es war viel los. Raymond war in seinem Element. Er quasselte unermüdlich und Britta fotografierte alles. Chinesische Telefonzellen, asiatische Sitzbänke, Rickshaws. Schließlich überredete Raymond einen Koreaner, ein Foto von ihnen zu machen. Die vier stellten sich unter eines der berühmten dunkelroten Tore, die jedes Jahr als Hintergrundkulisse für Fernsehberichte über den chinesischen Neujahrsumzug in London herhielten. Das geschwungene und reich verzierte Tor war der Eingang zu einer Einkaufspassage mit, man glaubt es kaum, noch mehr Restaurants. Ein verführerischer Duft nach gut Gewürztem lag in der Luft, und Carlo betrachtete verlangend die knusprigen Enten, die in den Fenstern der Esstempel hingen. Wir essen bei Han, sagte Chrissy und zog ihn weiter. Ich hab so Hunger, klagte Carlo. Ist es noch weit? Nein, in der Nähe vom Queens Theater. Sind etwa noch zwei Minuten bis dahin. Hältst du es noch so lange aus? Weiß nicht. Bei Han war es knallvoll. Das All-You-Can-Eat-Restaurant erstreckte sich über zwei Etagen. Im Erdgeschoss war das Buffet mit allerlei Köstlichkeiten der chinesischen Küche aufgebaut. Hier war die Bar und eine Theke für Gäste, die nicht viel Zeit hatten. Im Keller gab es viele gemütliche Sitzgelegenheiten. Der Chef kam und schüttelte bedauernd den Kopf. Leider sei im Moment kein Tisch frei. Man müsse sich etwas gedulden. Vom Eingang bis zur Bar waren Stühle nebeneinander aufgereiht und die Wartenden setzten sich wie Hühner auf der Stange hin, bis sie aufgerufen wurden. So platziert konnten sie beobachten, wie die Gäste ihre Teller füllten. Carlo lief das Wasser im Munde zusammen. Hier in Chinatown gibt es so viele Restaurants und doch müssen wir auf einen freien Tisch warten, wunderte sich Britta. Das Essen bei Han ist einfach verdammt gut. Schaut euch um, die meisten Gäste hier sind Chinesen. Die wissen, wo es in Chinatown schmeckt, versicherte Raymond und reckte den Hals, um Einblick in die Buffet-Vox zu bekommen. Also, heute gibt es zwei verschiedene Suppen. Eine scharf-saure Peking-Suppe und eine Hühnersuppe mit Pilzen. Da, seht ihr die kupferne Pfanne? Das ist dreierlei Reis. Krevetten und frittierter Fisch sind in den, erklärte Raymond gerade, als Han wieder auftauchte. Er führte sie die Treppe hinunter zu einem soeben freigewordenen Tisch. Sie setzten sich hin und lasen die Getränkekarte. Kommt mit nach oben, das Buffet ruft. Chrissy bestellt die Getränke für uns. Vier Sachen kann sie sich gerade so merken, sagte Raymond. Viermal Jasmin-Tee, ob ich das hinkriege? rief Chrissy ihnen hinterher. Schon kam Han herbeigeeilt und nahm die Bestellung auf. Als sie allein war, zog sie den Ohrring ab und ließ ihn in Carlos Jackentasche gleiten. Ciao, Blue, wisperte sie und spürte einen dicken Kloß im Hals. Einen Augenblick später stieg Carlo, zwei überquellende Teller jonglierend, die Treppe herunter. Nicht schlecht, was? Hungrig machte er sich über das Essen her. Gierschlund, hast du mir was übrig gelassen? fragte Chrissy, stand auf und sauste nach oben. Carlo und Raymond hatten wahrscheinlich schon die besten Happen abgeräumt. Unermüdlich holte das Mädchen vom Tisch Service die leeren Teller ab. Ebenso fleißig füllten Carlo und Raymond neue Schüsselchen und Teller. Als der Hunger endlich gestillt war, lehnte sich Raymond zufrieden zurück. Chrissy stupfte ihn mit dem Fuß an und augenblicklich fiel ihm ihre Mission wieder ein. Wie lange seid ihr schon in London? fragte er und tupfte mit der Serviette an seinem Mund herum. Ich bin seit dem 15. Juli hier. Du doch auch, oder Carlo? Ja, wir feierten am Abend vorher noch Ullis Geburtstag und ich bin im Flieger eingeschlafen. Warum wollt ihr das wissen? Nur so, behauptete Chrissy. Gio hat mir erzählt, dass du an einem internationalen Projekt mitmischst. Hört sich richtig aufregend an. Informatiker aus der Schweiz und Schweden und alle hier in London. Was treibt ihr denn? Britta nickte Carlo unmerklich zu. Das Projekt war geheim. Keiner der beiden würde ein Wort darüber verlieren. Offiziell beschäftigten sie sich mit einem ganz anderen, brandheißen Thema, über das man stundenlang schwafeln konnte. Psst, meinte Carlo und zwinkerte verschwörerisch. Eigentlich sind wir am falschen Ort, um über unsere Arbeit zu reden. Britta nickte zustimmend. Chrissy blickte sich um. Lauter Chinesen und Chinesinnen, die mit Stäbchen und sichtlicher Wonne in einer bewundernswerten Geschwindigkeit Essen in ihren Mündern verschwinden ließen. Hä? fragte sie. Also, fuhr er so leise fort, dass sie ihre Köpfe enger zusammenstecken mussten. Ihr habt bestimmt davon gehört, dass die chinesische Wirtschaft in den letzten Jahren ungeheuer gewachsen ist. Es werden dort neben legalen Produkten einige europäische Waren ohne Lizenz produziert. Die chinesischen Plagiate können nicht vom Original unterschieden werden. Entwicklungs- oder Designkosten entstehen nicht. Daher kommen sie billiger auf den Markt und der Schaden für die beraubten Firmen ist hoch. Es betrifft vor allem den europäischen Mittelstand, ergänzte Britta. Zum Beispiel Firmen, die Armaturen für Bäder entwickeln und produzieren. Oder Unternehmen, die Feinwerkzeuge wie Bohrer herstellen. Eine raffinierte Bande von Software-Dieben hackt sich in die Computernetze der Betriebe ein und beschafft sich so die benötigten Produktdaten und das Insiderwissen. Moderne Piraten Unsere Aufgabe ist es nun, dem Treiben Einhalt zu gebieten. Und zwar auf europäischer Ebene, fuhr Carlo fort. Wow, das klingt gut. Fast wie in einem Spionage-Krimi. Raymond war schwer beeindruckt. Ich muss bald ein Referat übers Hecken schreiben und hätte da ein paar Fragen. Wir haben Rose zufällig in der Theaterpause getroffen und sie hat uns morgen zum 5 Uhr Tee eingeladen. Da könnten wir ja drüber reden, schlug Carlo vor. Sie hat euch abgepasst und von dem Paraphysiker erzählt. Gib's zu, murmelte Raymond, dem die Röte ins Gesicht schoss. Ja, ich gebe es zu. Wir sollten auf euch ein Auge haben. Aber ich kenne die Macken von Rose, keine Sorge. Ich weiß, dass ihr keine Aufpasser braucht, beschwichtigte Carlo. Bringst du diesen Rechner mit, von dem mir Gio erzählt hat? Lenkte Chrissy ab, bevor Raymonds Laune weiter in den Abgrund sauste. Ich will ihn unbedingt mal sehen und Raymond und Charles sicher auch. Seit wann unterhältst du dich mit Gio über meine Arbeit und den Quantenrechner? Ich hab nur nachgefragt, warum du in London bist. Bringst du das Teil jetzt zum Tee mit? Würde ich, total gern, grinste Carlo. Das Prachtstück ist allerdings zu groß, um es durch die Gegend zu schleppen. Da braucht man schon einen mittleren Kühllaster. Ja, und außerdem ist der Rechner seit ein paar Tagen unter Verschluss. Unter Verschluss? fragte Chrissy. In der Woche, in der wir hier ankamen, gab es in London ein Briefbombenattentat. Zufällig mitgekriegt? Klar, aber was hat das mit deinem Quantenrechner zu tun? Bevor wir mit unseren Datenträgern oder Rechnern im System des britischen Informationsservice arbeiten dürfen, wird alles gründlich gecheckt. Routine. Wegen des Terror-Alarms wurde der Check auf höchster Sicherheitsstufe durchgeführt. Nachts muss sich etwas Gravierendes ereignet haben. Aufgrund dieses suspekten Vorfalls kommen wir nicht mehr an unsere Laptops und meinen speziellen Rechner. Und die sagen nicht, was passiert ist, bohrte Raymond nach. Die Leute vom Informationsservice? Nein, das sind leider keine Plaudertaschen, gab Carlo zurück. Informationsservice? Pff, das hörte sich an wie die Servicetheke eines Einkaufszentrums. Reine Verschleierungstaktik, dachte Chrissy. Ihr Magen krampfte, ihre Gedanken rasten. Red war sicherlich beim britischen Geheimdienst transmaxt und erwischt worden. Wer weiß, was sie dort mit ihr anstellten. Chrissy, du bist so blass, besorgt schaute Carlo sie an. Sie hat bestimmt nur zu viel gegessen, meinte Raymond. Aber ich könnte noch das ein oder andere Dessert vertragen. Das war Teil 11 von Scromax London die Suche. Alle Hörbuchteile zum freien Download auf scromex.de